Ich geh wieder auf 55, oder? Oder direkt auf 60? Du gehst in falsche Richtung, du gehst nach Westen. Ah scheiße, ja. Schau mal die ganzen Animate, die sind halt alle Agro auf den Drachen. Ja, Bro, die fucken so ab, die Wichser, Alter. Du gehst in falsche Richtung, geh mal nach links. Okay, ganz kurz. Erstmal trink den Fire Resistance, weil da ist nicht viel Feuer. Hab nichts mehr zu essen. Hab nichts mehr zu essen. Okay, okay, das reicht aber noch. Ich try's einfach, ich try's einfach. Warte, 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 stopp, stopp, trink den Fire Resistance, da ist sehr viel Feuer. Ja, jetzt geh ich auf 60 und jetzt zurück. Und nicht perlen, nicht perlen. Einfach laufen. Ne, 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 I know. Ah doch, du musst perlen, du musst perlen. Oh mein Gott. Rechts oder links? Mach sofort, sofort, sofort. Bro, das gibt's nicht. Ich kann nichts machen, ich kann nichts machen, ich kann nichts machen. Oh mein... Okay, warte, 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 lass kurz. Oh mein... Alles gut, alles gut, alles gut, chill, 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 chill. Chill, 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 chill. Okay, warte mal, wie kommen wir jetzt da hin? Vielen Dank.